Wir gucken mal über LKB, dann ist es total fahrend. DDR Highway, German Highway. Hier gibt es gar keinen Limit mehr. Das Problem ist, ich kann so viel Power-Gas hoch, weil er immer voll bekommt. Es gibt viele Fahrzeuge, die wir uns noch ein bisschen warten müssen. Dann sind wir bereit zu rumblen. Wir rumblen. Jetzt kommen wir zu viel Autos. Wie voll das ist, macht gar keinen Spaß. Wir sind auf die Flöte. Hier gibt es einen Wettbewerb, vor allem. Das ist der Wettbewerb, das ist der Wettbewerb. Die Wettbewerb ist der Wettbewerb. Wir sehen uns das Turbos-Kartnern. Der Wettbewerb ist verrückt. Der Wettbewerb ist so, dass wir so. weil sie uns nicht mehr Platz geben Ich denke nur auf Sundays, wir können nicht so viel sehen die Fracks ein bisschen sie sollten uns Platz geben hier, aber diese Leute nicht diese Renault Clion Wir brauchen Raum, Leute 2.5km 2.5km 2.6km 2.5km 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 3.5km Wow! Traffic! Scheiße! Es ist Dishonel Er will uns nicht mehr Platz geben. Ich will dich zum Frühstück essen. Du bist der erste Trotter vom Tee. Ich schlaue dich gleich. Die Kamera bewegt. Es ist gefährlich. Wir haben noch mehr Raum. Wenn der Scheiss weggeht. 250 kmh. 35 km! Es ist so voll! Jetzt viele Autos wieder! Das letzte, letzte, letzte Mal! Weil heute bin ich fliegt! Unser Pilot geht in Holidays! So viele Autos wieder! Sie wollen uns nicht mehr Platz geben! So viele Autos auch! Okay! 260 km! Es ist eine Beste! Komm schon, Mann! Komm schon, Mann! GTR Power auf der Weg! Ja! Es kann Polizei sein! Die fahren manchmal so für mich! Komm, Mann! Es kann Polizei sein! Manchmal gehen die mit der Absicht nicht nach rechts! Damit du dich in der... ...weiß sie bei uns! ...und wieder so ein dickköpfiger! Da ist der Weg so hart oder nach rechts! 120 km! Ich könnte hier rechts abbiegen eigentlich! Ja! Weil danach ist es Baustelle! Ich hab keinen Bock da... ...durch sich zum Wagen! Wer, Altos ist jetzt die Platte drin! Schöpfe! Wann bei vier Immunerung! Der Geräusch ist wirklich brutal! Wir haben hier noch mehr Platz, um etwas Kraft zu geben Aber ich weiß nicht, die Tempo limit ist hier Ja, 120, 120 limit. 120, boi. 1.25 Ich glaube drüben kann man ausfahren Captain Sally ist angry Captain Sally ist angry because there is no space for his airplane to give power 2.25 2.25 such a nice nature here dead animals on the streets and the left corner or what is this here? I've never been here this is a cool place no one knows where we are we're just going and going Autobahn German highway alright we're just going to get our We're just going to get our to the side of the road and we're we're going to go this is the one who we are we're going to put on the road and we're going to see we're going to go to the road I'm trying to keep the camera steady all right we're going to the highway now hoping that it's not full with fucking cars yeah we have rain also nice Audi we're gonna fuck him soon we never see a nice sports car yeah yeah the Audi mix yeah let's fuck some Audi guys you can see that shit though Nissan power Nissan is coming bro nice field here beautiful Germany all right I think it's time to rumble the pilot is getting ready to fly here we have the wings fake wings oh Autobahn ready all right ready to rumble let's have some fun now oh shit let's have some fun in a while 80 I will do my best to keep the fucking camera ready and steady steady boy too much Ford trucks yeah today so many trucks on the highway yeah all right all right the Audi is having some fun there now we have no speed limit here so we can start fucking everyone yeah 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 all right all right the Audi is scared that was 250 and more it's dangerous 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 this fucker wanted to come fucking grandma oh shit this grandma yeah but the brakes are fucking good she's marking us please it's not a grandma it's like 25 yeah motherfucker fuck 240 it's still full you cannot ramp us look at that shit he doesn't want to give us space so we're gonna fuck her only woman the only woman it's so hard for me to keep the camera steady so much speed so 120 you can close the camera all right no more power now we have speed limit maybe in the 4-5 minutes haha you